Mein Name ist Georg Orth. Meine Frau und ich produzieren Soft-Eis seit 1977. Das Besondere ist, dass das Eis frisch aus der Maschine kommt und natürlich dementsprechend dann auch gut schmeckt. Mein Soft-Eis verkaufe ich gern bei Rewe. Ich weiß, dass es da in guten Händen ist. Mein Name ist Michael Barth. Ich betreibe seit 13 Jahren einen Rewe-Markt in Potsdam. Sein Eis kenne ich seit 40 Jahren, aber ich kannte ihn persönlich damals noch nicht. Ich finde einen Erzeuger, den man sozusagen anfassen kann, viel besser als die großen Anonymen, die ich nicht anfassen kann. Wenn Kunden uns erzählen, wir kennen den Mann, der das Eis herstellt. Wer kann das von seinem Produkt sagen, was man im Regal oder Truhe hat? Ich finde das toll. Eis ist eigentlich für mich mein Leben und ich mache es aus Überzeugung. Herr Orth brennt für sein Produkt und ich brenne auch für meinen Rewe-Markt. Und ich finde das verbindend. Gemeinsam für deine Region. Die Region.